Jedes Bild hat eine Aussage und die Bildsprache ist das technische Mittel, um diese Aussage zu steuern. Kann ich diese Sprache also sprechen, dann kann ich damit auch kommunizieren und sagen, was ich sagen will. Und genau deswegen kann die Wahrnehmung beim Betrachter, bei der Betrachterin unserer Fotos durch diese Bildsprache beeinflusst werden. Was sind jetzt die Elemente der Bildsprache? Bildausschnitt, Perspektive, Position der Kamera und Farbe oder Licht. Ich erkläre Ihnen in meinen Kursen verständlich und vor allem auch praxisnah, wie Sie endlich besser fotografieren können.